Hallo, ich heiße Martina Koller und bei mir könnt ihr Blockflöte lernen. Zuerst hören wir die Titelmelodie von Fluch der Karibik, gespielt von Anna. Die Blockflöte ist eine ganze Familie von verschiedenen großen Instrumenten. Die Sopranflöte, dann gibt es die Altflöte, die dritte Größe ist die Tenorflöte und schließlich gibt es noch die Bassblockflöte. Und so klingen sie im Quartett. Jetzt hören wir Taishan, eine Melodie aus China. Es spielen Yannick und ich. Zum Abschluss hören wir ein Garot von Georg Philipp Telemann, gespielt von Maxalina. Und wenn euch die Blockflöte gefällt, meldet euch an. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.